Moin Leute, was gab Herzlich willkommen zu seinem neuen Stadionvlog auf dem Kanal. Game Maxl, heute spielt der Karlsruhe SC gegen den FC Schalke 04. Ich tippe auf ein 3-2 für den KSC. Budo macht ein Tor, Wanicek macht ein Tor und noch random, keine Ahnung, Hunziker, Hunziker, ganz genau. Ja, ich gehe jetzt ins Stadion und ja, kurzes Intro, let's go. Ich hoffe auf Choreo von beiden Fähler, Stadion natürlich ausverkauft. Like und Abo natürlich nicht vergessen, Glocke aktivieren auch, ja. Unsere Manrophe, Saga, bist du? Gut, Ruh ue, ganz Ruhe, ganz Ruhe. Es sind die 3 geilsten Buchstaben deutschen Fußball und die heißen Ruhe. A.S.T. Unser Cheftrainer Christian. Der Kämpfer auf dem Platz für das Tor, unsere 1, Max. Unsere Nummer 2 ist sie, unsere Nummer 6, Leon. Unsere Nummer 7, Cervis. Unser Käpt'n hat die Rücken Nummer 10, Marvin. Unsere Nummer 1, Cicci Watzel. Mit der 17, Nikolai. Unser Käpt'n hat die Rücken Nummer 1, Cicci Watzel. Unsere Nummer 1, Cicci Wyllvolle. Von drei, Dwarf bowñas. Von drei, Dwarf bow Lori. Unsere Nummer 4, collegeration. Wir besuchen Szene bis Skazel. Passwunsses Markрокreis. Bud cont celebrate in noite. Bir St reinge. Bscherz. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.